Genau, Simone kommt gerne schon mal zu uns. Ich stelle dich gerne natürlich auch unserem Publikum einmal vor. Simone Senna del Castillo hat bereits zehn Jahre Erfahrung als Führungskraft im Handel. Bevor sie zu uns ins Team gekommen ist, war sie im Bereich Business Development tätig bei Globus, der größten Luxus-Warenhausketze der Schweiz. Jetzt bist du ja Projektleiterin hier und verantwortet S4HANA Cloud Implementierung, bist also Expertin für genau diese Frage. Ja, hoffentlich, ja, genau. Sehr schön. Also bei der Fragestellung Betriebsmodell, das ist ja jetzt so eine Weichenstellung, wo man morgen nicht sagt, oh, das nehme ich vielleicht wieder zurück, sondern das ist im Prinzip so die Entscheidung, eine der grundlegenden Entscheidungen, die auch lange Bestand hat. Baut man sein eigenes Rechenzentrum ab? Baut man die Ressourcen ab? Geht man in welche Cloud? Geht man? Wie mitigiert man denn da so die Risiken? Wie sorgt man dafür, dass man da auf dem richtigen Weg ist, der auch zum Unternehmen passt? Also grundsätzlich sind wir da wahrscheinlich auch in der richtigen Veranstaltung jetzt. Eben die Roadmap, das ist im Prinzip unser Gambit-Verfahren, was wir Kunden anbieten, wo wir sie an die Hand nehmen, um eben da auch zahlen- und faktenbasiert Auskünfte zu geben, welches Szenario, also welcher Weg ist der richtige und welches Betriebsmodell auch. Also dann nehmen wir uns wirklich Zeit, gehen mit dem Kunden gemeinsam seine Prozesse durch, vergleichen die auch mit vordefinierten, vorgefertigten Prozessmatrizen, um darauf dann basiert dann auch eben diese faktische Handlungsempfehlung zu geben. Da kommt es ja wahrscheinlich sehr stark auch darauf an, wo komme ich her. Ja, absolut, absolut. Und wo will ich hin? Also wie richte ich mich auch in der Zukunft weiterhin aus? Also da geht es darum, welche Ziele verfolge ich als Unternehmen? Klar, natürlich können wir auch gewisse Untersuchungsszenarien oder machen wir auch in unseren Implementierungsprojekten selbst. Aber eben, wie gesagt, die Roadmap ist da sicherlich ein sehr bewährtes Tool, beziehungsweise eine sehr bewährte Verfahrensmethodik. Super. Bei der Public Cloud zögern ja viele, vor allem bei der Frage Funktionsumfang und Erweiterungsmöglichkeiten. Also reicht das für mich? Und wenn wir jetzt über die Public Cloud sprechen, kannst du denn das Betriebsmodell zum jetzigen Zeitpunkt schon empfehlen? Grundsätzlich die Public Cloud, ja. Wir sind ja selber gerade aktiv im Umzug in die Public Cloud. Also es ist für uns ein Betriebsmodell, was wir jetzt gerade kennenlernen. Die Public Cloud bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also im Prinzip, wir gehen da in den Standard, wo eben auf Basis von Branchenerfahrungen sozusagen Best Practices generiert und kreiert wurden. Wir haben aber tatsächlich mehr als erwartete Erweiterungsmöglichkeiten jetzt kennengelernt auf dem Weg bis dahin. Es ist noch ein bisschen kennenlernen, aber auf jeden Fall glaube ich, dass die Public Cloud mittelfristig tatsächlich für viele Unternehmen ein sehr, sehr wertvolles und zukunftsorientiertes Betriebsmodell sein kann. Genau, weil strategisch ja jetzt auch schon mehr Public Cloud Best Practices zur Verfügung stehen als für Private Cloud. Das war ja anfangs vielleicht noch nicht so. Also du sagst, man kann es auf jeden Fall empfehlen und sollte es auf jeden Fall betrachten. Ja, wer die letzte Veranstaltung gesehen hat, der weiß, dass ihr selbst als Gambit von On-Prem, glaube ich, in die Public Cloud umzieht, aktuell im Projekt. Go Live ist, glaube ich, noch nicht gewesen, sondern ihr seid mittendrin in der Implementierung. Ja, wir sind in der heißen Phase, also wir sind jetzt so ein bisschen am Abschluss. Wir haben das System eigentlich schon weitestgehend vorbereitet. Das System sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind aktuell in der Trainingsphase, also wir bereiten unsere interne Mannschaft darauf vor, dann auch künftig auf der Public Cloud ihr Daily Business bewerkstelligen zu können. Und ja, also vertesten dann natürlich auch und machen dann noch die letzten Anpassungen. Also es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit aktuell. Unser Go Live Termin ist geplant für den 12.06. Ja, wir sind gespannt, wir freuen uns alle. Also es ist so ein freundes und auch ein ängstiges Auge in der Art und Weise, aber eben da sind wir dabei, das irgendwie miteinander als Team vorwärts zu treiben. Und wir mittlerweile, glaube ich, aber eben, kann man sagen, wir sind alle bereit für diesen, unser Genehmfach. Toll, dass du trotzdem hier bei uns in der Sendung sein kannst als Projektleiterin. Gibt es schon erste Learnings aus dem Projekt, wo du sagen kannst, achtet da drauf, liebe Zuschauer. Ja, also was ich jetzt mitnehme für mich persönlich und auch für künftige Projekte, ist tatsächlich irgendwo die Implementierung eines nachhaltigen Change-Managements, schon sehr früh in der Projektphase. Das ist was, wo definitiv sehr, sehr wichtig ist, um eben auch alle Beteiligten mitzunehmen auf dem Weg in die Public Cloud. Das zu malen, ich glaube, ein agiles Mindset ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig im Projektgeschäft. Und das hilft natürlich dann auch, auf vielleicht vorgefertigte Lösungen nochmal reagieren zu können, um da Anpassungen zu machen, wo es notwendig ist und nicht starr irgendwo an sozusagen einer Vorgabe oder auf einer Vorgabe zu verharren. Simone, vielen Dank und dann freuen wir uns jetzt auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch. So, dann freue ich mich zu starten und zwar einmal mit einer sehr eindrücklichen Aussage, nämlich, dass 87 Prozent des weltweiten Handelsvolumens wird von SAP-Kunden generiert. Deshalb ist es auch nicht voll wunderlich, dass 99 von 100 der weltweit größten Unternehmen tatsächlich auch SAP-Kunden sind. 84 Prozent von den Kunden haben bereits schon diesen Umzug nach SV Hane vollzogen, aber das sind natürlich nicht unsere durchschnittlichen Kunden. Wenn wir unseren durchschnittlichen Kunden anschauen, dann sieht er ein bisschen anders aus. Und zwar ist unser durchschnittlicher Kunde beschäftigt 1200 Mitarbeiter, hat fünf Standorte, die er betreibt. Das durchschnittliche Mitarbeiteralter liegt bei 44,5 Jahren, realisiert im Durchschnitt 710 Millionen Umsatz pro Jahr und hat sein SAP-System circa 13,4 Jahre im Einsatz. Neben einigen dieser beschriebenen Kunden haben wir bereits schon in die SV Hane Welt einführen können. Und was wir dabei festgestellt haben, war, dass im Vorfeld eigentlich immer vergleichbare Fragen aufgekommen sind. Und um euch da so einen gewissen Extrakt bzw. Best-of dieser Fragen darzustellen, die euch dann auch helfen bei eurer Entscheidung für das richtige Betriebsmodell, versuche ich dann in den folgenden Slides für euch genauer zu beantworten. Starten wir einmal mit der ganz relevanten Kostenfrage. Weil eben, wenn es um die Auswahl des Betriebsmodells geht, dann sind natürlich der Kosten immer ein sehr, sehr großer Treiber. Und dabei geht es darum, nicht immer nur die offensichtlichen Kosten zu berücksichtigen, sondern auch eben zu schauen, was liegt denn da noch so im Verborgenen. Wenn wir uns hier die Grafik einmal anschauen, dann sehen wir eigentlich auf den ersten Blick eine kleine Spitze des Eisberges, wenn wir dann auf so eine On-Premise-Version schauen und dann sehr vieles, was im Bereich Public Cloud aus dem Wasser steht. Wir sprechen da von sichtbaren Kosten. Im Bereich von On-Premise ist es ein ganz kleiner Bereich Software-Lizenzen, die da sichtbar sind. Und bei der Public Cloud ist eben da sehr vieles im Bereich Abonnementen. Was wir zudem unter dem Wasser schon sehen, ist ein Rattenschwanz an versteckter Kosten, die uns eben bei so einer On-Premise-Version erwarten. Also ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Cloud-Lösung und einer On-Premise-Lösung liegt tatsächlich eigentlich in den Carpics, also den Vorab-Investitionen, die zu tätigen sind, die eben hier, wie man schon sieht, bei On-Premise doch sehr umfangreich ausfallen und eben bei den operationellen Aufwendungen, die dann eben das Daily Business sozusagen betreffen. Wenn wir in die Public Cloud schauen oder generell in die Cloud-Lösung, dann sprechen wir dort von einem sehr flexiblen Modell. Also wir fügen Funktionalität in Form von Subscriptions zu, können die aber dann auch ganz beliebig abschalten. Also wir haben dort eine sehr transparente Kostenstruktur und zahlen eigentlich auch nur gemäß Pay-as-you-go, also im Prinzip alles, was wir brauchen. Zudem haben wir den Vorteil bei einer Cloud, dass eine IT-Hardware sozusagen beim Cloud-Unleater vorhanden ist. Also sprich, wir verzichten eigentlich auf internes Personal, wo uns dieses System wartet oder auch bereitstellt, haben immer die neueste Technologie zur Verfügung und können die auch beliebig auf Workload-Veränderungen oder veränderte Betriebsbedingungen oder Geschäftsbedingungen auch anpassen. Das ist insbesondere auch für kleinere Unternehmen spannend, die eben weder die Platzressourcen noch die finanziellen Ressourcen haben, eben in teure IT-Infrastruktur zu investieren. Zudem kann eben, wie gesagt, dann auch, kann so eine Cloud-Lösung auch beliebig auf das Wachstum von solchen kleineren Unternehmen insbesondere angepasst werden und zwar schnell, ohne dass da zusätzliche Gerätschaften sozusagen eingefügt oder eingekauft werden müssen. Die SAP selbst sagt auch nochmal hier, also die SAP selbst hat dieses ganze Kostenthema für sich auch nochmal bewertet und nochmal untersucht und kam dann eigentlich zu der Quintessenz, dass innerhalb von sieben Jahren da diverse Unternehmen untersucht wurden und im Moment gerade gehen sie davon aus, dass eigentlich über den Einsatz von einer Cloud 33 Prozent der Kosten im operativen Business gespart werden können. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, Unternehmen haben im Durchschnitt circa 14 Jahre ihr SAP-System im Einsatz, dann ist das doch schon ein schlagendes Argument, wo man dann sagen muss, hey, so eine Cloud-Lösung könnte sich für mich an und für sich aus Kosten tatsächlich sehr lohnen. Dann kommen wir jetzt zu der wahrscheinlich emotionalsten Frage, wenn es um die Bewertung der Betriebsmodelle geht. Und zwar, wenn wir da noch uns ein bisschen zurück besinnen, dann konnten wahrscheinlich vor einiger Zeit bzw. vor einigen Jahren viele Unternehmen sich überhaupt nicht vorstellen, in so eine Cloud einzuziehen. Eben aufgrund dessen, weil da einfach noch nicht genügend Vertrauen in die Sicherheit dieses Betriebsmodells gibt. Aber eben, was sich da dahingehend getan hat und ob das eben heute nochmal so ist, das schauen wir uns doch auf dem folgenden Slide nochmal an. Genau, also wenn wir hier nochmal die Cloud und die On-Premise in einen Sicherheitsvergleich stellen, dann geht hier häufig oder basieren häufig hier die Meinung in Bezug auf die Cloud noch sehr stark auf Mythen. Weil viele Unternehmen noch nach wie vor der Meinung sind, dass bei einer Cloud die Daten der Kunden vollumfänglich auch von dem Cloud-Anbieter eingesehen werden können. Aber das sind schlichtweg falsche Fakten. Was aber doch der Tatsache entspricht, ist, dass eben bei einer Public Cloud, dass wir da nicht von einer physisch isolierten Infrastruktur sprechen, sondern in dem Sinne da eine offene Public Struktur zur Verfügung stehen. Das ist eben gerade für Branchen mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen problematisch. Aber auch da bietet eine Cloud-Lösung, also die alternative Private Cloud-Möglichkeiten da entgegenzuwirken beziehungsweise da eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die sich eben gerade für den medizinischen Bereich oder für Banken besonders gut anbietet. Weil eben die Private Cloud eine isolierte Cloud-Infrastruktur bietet und somit eben dann auch diese Sicherheitsanforderungen ausfüllen kann. Bei der On-Prem dagegen liegen alle Daten im eigenen Rechenzentrum und auch das bietet oder birgt Risiken, weil eben um Daten klauen zu können, also im Sinne von Hackerangriffen, muss man eben auch wissen, wo die Daten liegen. Bei der Cloud hingegen sprechen wir da von redundanten Rechenzentren an mehreren Standorten, wo eben dann auch die Daten sozusagen unterschiedlich abgespeichert werden. Und somit ist es dann eben auch für einen externen Angriff in dem Sinne nicht nachvollziehbar, wo die Daten auch liegen. Zudem haben große Cloud-Anbieter auch aufwendige Sicherheitsmechanismen und investieren sehr viel in den Datenschutz im Sinne von relevanten Zertifikaten, die sie machen und haben eben zudem auch einen Stab an Top-End-Security-Experten, die eben dafür Sorge tragen, dass die Daten der Kunden auch unter Verschluss stehen. Da On-Premise natürlich lokal abgespeichert, ist die Unternehmung selbst für die Sicherheit ihrer eigenen Daten verantwortlich. Also da auch wieder eigener Effort, der geleistet werden muss, damit die Systeme gewartet werden, damit alles aktualisiert wird. Dementsprechend da ist sehr viel Know-how-Erwartung bzw. Know-how-Bedarf in den eigenen Reihen. Wenn wir aber weggehen von dem ganzen Thema Cyberangriff bzw. Cybersecurity, dann gibt es natürlich noch ein anderes Thema, was Unternehmen beschäftigt, und zwar die Situation von Serverausfällen. Grundsätzlich empfiehlt sich es immer bei der Wahl einer lokalen On-Premise-Version, nicht nur intern die Sicherheitskopien sozusagen zu verwahren, sondern auch extern Sicherheitskopien der wichtigsten Informationen und Daten auszulagern. Bei der Cloud muss man sich da weniger Gedanken machen, weil eben multiple Sicherheitskopien an mehreren Standorten zur Verfügung stehen und somit auch die Geschäftskontinuität im Fall von Serverausfällen gewährleistet werden. Genau. Wenn wir dann weitergehen zu dem Thema SAP Best Practices. Wir haben schon einiges gehört im Verlauf des Vormittags und SAP Best Practices sind wahrscheinlich die beste Argumentation für und von SV HANA. Und was eben das Ganze mit den Betriebsmodellen an sich zu tun hat, das werden wir jetzt im Folgenden einmal anschauen. Wie ihr hier schon seht, ist es relativ offensichtlich, in der Public Cloud stehen aktuell 600 oder mehr als 650 Best Practices zur Verfügung. Das ist auch eine klare Aussage oder beziehungsweise ein klarer Indikator seitens SAP, wo die Reise hingehen soll. Also es werden da immer mehr Entwicklungen eigentlich auf den Markt gebracht. Wir sehen es auch schon hier, all halbe Jahr released die SAP da neue Best Practices, die dann sozusagen die Funktionalität der Public Cloud erweitern sollen. Bei On-Prem und Private Cloud sehen die Best Practices etwas, also quantitativ etwas geringer aus. Wir sprechen dort jeweils von 410 Best Practices, die aktuell vorhanden sind, wobei man da auch nochmal so ein kleines Aber davor stellen muss, weil sich die unterschiedlichen Betriebsmodelle doch merkbar in ihrer Granularität unterscheiden. Also es soll heißen, in einer Public Cloud sind beispielsweise die einzelnen End-to-End-Prozesse etwas kleiner geschnitten, hat zur Folge, dass dann da unter Umständen in der Public Cloud mehrere Teilprozesse beziehungsweise Best Practices zur Verfügung stehen, die dann unter Umständen in On-Premise oder Private Cloud zusammengefasst werden. Man kann zudem auch sagen, dass wir ganz unterschiedliche betriebsmodellspezifische Best Practices haben, die dann jeweils dann auch in dem anderen Betriebsmodell nicht mehr zur Verfügung stehen. Gut, kommen wir mal zu dem Thema Eigenentwicklung. Denn auch da haben meine Vorredner schon eine gewisse Vorleistung erbracht. Grundsätzlich ist es eben gerade im Hinblick auf unsere Einführungsprojekte eine ganz entscheidende Frage, weil sich eben gerade Unternehmen, die schon sehr lange SAP im Einsatz haben, da die Sorge oder die Sorge mittragen, welche unserer eigenen Entwicklungen können wir noch weiterhin nutzen und wenn wir sie nicht mehr nutzen können, wie können wir eben diesen Verlust auch kompensieren. Genau, also wenn wir auf, oder mal die grundsätzliche Haltung von den Erweiterungen aktueller und schon diese klassischen Erweiterungen, dann sprechen wir dort immer von einer im Kern angebundenen Erweiterung. Die hat dann zur Folge, dass eigentlich auch die standardisierten Prozesse nicht mehr automatisch realisiert oder upgedatet werden können. Deshalb ist es grundsätzlich für uns nicht empfehlenswert, unseren Kunden weiterhin zu empfehlen, auf diese klassischen Erweiterungen zu setzen. Genau, in der On-Premise ist es aber nichtsdestotrotz möglich, diese ABAP-basierten Entwicklungen mittels Brownfields zu konvertieren und die dann weiterhin zu nutzen. Gleich ist es auch möglich für die Private Cloud. Dort können wir auch die Conversion alter ABAP-Entwicklungen innerhalb von einer Brownfield-Einführung mitnehmen. In der Public Cloud, weil wir dort nur über den Greenfield-Approach einziehen können, können wir natürlich auch nichts Altes mitnehmen. Wir haben aber dadurch natürlich auch die Sicherheit, dass wir eine upgrade-stabile, cloudkonforme Systemlandschaft aufbauen und eben haben dort auch die Möglichkeit, Entwicklungen zu machen, aber dazu gleich noch etwas mehr. Wenn wir darüber sprechen, was wir nicht mitnehmen können, aber eben doch den Bedarf haben nach Erweiterung, dann bietet dort natürlich auch die SAP tolle Möglichkeiten, die aber nicht ganz uneingeschränkt sind. Wenn wir da nochmal gucken, also viele Kunden haben in der Vergangenheit ihre ERP-Landschaft so ein bisschen nach ihrem eigenen Gust, so nach ihren eigenen Bedürfnissen angepasst und es eben durch diese Kernentwicklungen. Aber da bietet, um da dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken und das Ganze SV HANA-konform zu machen, bietet die SAP mittlerweile da drei tolle Erweiterungsmöglichkeiten. Also wir haben einerseits die Side-by-Side-Entwicklungen, wo eben auf der BTP, also der Business-Plattform-Entwicklungen gemacht werden können, die dann losegekoppelt und nahtlos integriert über Remote-APIs oder freigegebene Schnittstellen an den Kern sozusagen angebunden werden können, hat dann den Vorteil oder den vermeintlichen Vorteil, dass wir unabhängig sind von dem SV HANA Operations oder dem Lebenszyklusmanagement. Diese Side-by-Side-Entwicklungen, die können wir an alle drei Betriebsmodelle anbinden. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze in-App zu machen. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit, Erweiterungen zu SAP-Lösungen und Applikationen mit einem sogenannten Low-Code- oder No-Code-Ansatz zu machen. Wir sehen auch schon hier, das wird sozusagen bezeichnet als die Key-User-Extensibility, weil wir dafür keine spezifischen Tools brauchen. Also die SV HANA bietet da selbst integrierte Möglichkeiten, dass dieses Zuschalten beispielsweise von Z-Feldern oder eben die Konfiguration von Benutzeroberflächen sozusagen durch einen Key-User auch gemacht werden kann, ohne dass wir da in die Tiefenentwicklung reingehen. Wir haben auch eine dritte Erweiterungsmöglichkeit, die vielleicht zu dieser klassischen Developer-Extensibility hier am nächsten kommt, und zwar sprechen wir hier von einem On-Stack-Development. Damit können wir eigentlich die Cloud-Bereitschaft über eine Teilmenge der ABAP-Sprache entwickeln, eben ohne den Quelltext an sich zu verändern. Also sprich, wir entwickeln da in dem Sinne nicht ganz tief in den Kern, sondern wir haben nach wie vor eigentlich die Verbindung von unseren Erweiterungen über Schnittstellen. Das ist ABAP-basiert, aber dennoch garantieren wir weiterhin, wenn wir On-Stack entwickeln, eine Upgrade-stabile Systemlandschaft und eben eine enge Kopplung dieses Systems. Also sprich, dann eine On-Stack-Development-Entwicklung ist dann in dem Sinne auch in den Lebenszyklus oder in dieses Lebenszyklusmanagement von der SAP auch integriert. Last but not least, ich möchte es nicht vorenthalten, wir hatten ja gerade eben schon mal darüber gesprochen, haben wir auch die Classic Extensibility, also eben diese klassische Entwicklung, ist aber nicht für die Public Cloud verfügbar, sondern eben weiterhin nur für die Private- oder die On-Prem-Version. Aber nochmal hier der Appell, wir werden es nicht empfehlen, einfach um künftig das System auch Release und Upgrade sicher zu oder stabil zu machen. Genau, eben neben den technischen und den strategischen Perspektiven haben wir aber natürlich auch in den Implementierungsprozessen Rahmenbedingungen, die wir berücksichtigen müssen und da gibt es ganz unterschiedliche Antworten, welche die in dem Sinne eigentlich auch maßgeblich sind, für welches Betriebsmodell wir uns letztendlich auch entscheiden. Starten wir einmal mit der Implementierung, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie wir in die einzelnen Betriebsmodelle kommen, in die On-Premise-Version, da können wir entweder über diesen Greenfield-Approach gehen oder eben auch Brownfield. Gleiches verhält sich auch mit der Private Cloud, also auch da können wir Greenfield und Brownfield einziehen, allerdings in die Public Cloud selbst kommen wir nur über den Greenfield-Ansatz, um eben dort auch dieses Spektrum an Best Practices nutzen zu können. Ganz unterschiedlich verhält sich da die Projektdauer. Hier seht ihr jetzt nicht einen Durchschnittswert, sondern in dem Sinne eigentlich so ein bisschen einen Anfangswert. Bei der On-Premise sprechen wir eigentlich grundsätzlich von Projekten, die zwischen sechs und bis zu drei Jahren dauern. Also es können sehr kurze, aber auch sehr umfangreiche Projekte sein. Bei der Private Cloud haben wir so einen durchschnittlichen Projektansatz von circa zwölf bis 18 Monaten und sehr schnell parat haben wir ein Public Cloud-System, wo wir dann zwischen vier bis fünf Monaten gerade kalkulieren, um eben dieses System verfügbar zu machen. Also es ist eigentlich auch sehr interessant für Leute, die sehr schnell eigentlich mit S4HANA starten möchten. Entsprechend unterschiedlich sieht dann natürlich auch die Organisationsbelastung aus. Also wenn wir dann natürlich über eine längere Projektlaufzeit sprechen, bei On-Premise, also jetzt nicht von den sechs Monaten, sondern über eine Projektlaufzeit von drei Jahren, dann relativiert sich da natürlich die Organisationsbelastung. Bei der Private Cloud haben wir bedingt, dadurch, dass das Projekt in den meisten Fällen kürzer ist, eine höhere Organisationsbelastung. Und die höchste ist bei der Public Cloud, einfach aus dem Grund, weil wir da natürlich einen viel größeren Bedarf haben, die Leute auch zu schulen und die Leute bereit zu machen für dieses System. Also im Prinzip dort ein notwendiges Change-Management einzusetzen und eben auch sozusagen dieses Know-how zu vermitteln. Jetzt hier nochmal einen finalen Blick auf den Change-Bedarf werfen. Dann haben wir natürlich bei der On-Prem, weil sich wesentlich weniger oder praktisch gar nichts ändert, eigentlich einen sehr geringen Change-Bedarf. Wenn wir dann im Prinzip über eine Private Cloud sprechen, dann haben wir dort Best Practices, die wir einsetzen, aber natürlich dann auch gewisse Entwicklungen, die wir mitnehmen. Und den höchsten Change-Bedarf haben wir natürlich dann auch im Bereich Public Cloud, weil man dort natürlich auch wieder von dem Standard ausgeht, der in dem Sinne vermittelt werden muss, beziehungsweise wo wir die Leute mitgenommen werden müssen. Jetzt haben wir in den letzten Minuten uns ganz stark eben über managementorientierte Fragen oder über managementorientierte Fragen nachgedacht. Aber letzten Endes müssen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, was sich für die User, also die Leute, die dann tagtäglich mit diesem Betriebsmodell zu tun haben, ändert im Sinne der Einführung. Insbesondere da auch ganz wichtig die Fragestellung, was verändert sich da im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel? Oder sind es auch so Themen, die wir berücksichtigen sollen bei der Wahl eines Betriebsmodells? Jetzt seht ihr hier einmal, ganz interessant, zweimal den gleichen Prozess. Und ich glaube, was direkt auffällt, ist, dass wir auf der linken Seite, also linken Seite auf der GUI sehen, dass die optische Darstellung dieses Prozesses sehr technisch ist. Also für jemanden, der schon sehr lange mit SAP arbeitet, der wird das wahrscheinlich alles aus dem FF sozusagen beherrschen. Aber wenn wir uns dann auf die rechte Seite mal schauen, irgendwie Richtung Fiori, dann sehen wir dort eine sehr moderne Darstellung eines Prozesses, sehr intuitiv, eben basiert auf so einem gewissen Applikationslayout, was wahrscheinlich gerade für die nächste Generation sehr, sehr spannend ist. Grundsätzlich können wir die GUI eben in der Private Cloud, wie auch in der On-Prem-Version nutzen. Also da steht irgendwo nichts entgegen. In der Fiori selbst geht die SAP einen klaren Fiori-Only-Approach. Also im Prinzip, da gibt es eigentlich in dem Sinne gar keine andere Möglichkeit, als Fiori einzusetzen. Und das eben auch aus mehreren Gründen. Der große oder der wesentliche Vorteil von Fiori ist, dass die Fiori komplett endgerät- und standortunabhängig ist. Also das heißt, wir können aus dem Home Office, wir können irgendwo aus der Vocation, wir können von überall her eigentlich auf unsere Oberfläche zugreifen und sind da hingehend eigentlich sozusagen Standort ungebunden. Wir haben dann zudem noch die Möglichkeit, dass wir die Oberfläche ganz individuell und persönlich individualisieren können, was sehr spannend ist eigentlich, indem wir eben dann auch die, die sozusagen die Nutzungsbereiche ergänzen können, die dann halt für die Nutzer auch relevant sind und nicht da in dem Sinne einen hohen Suchaufwand haben. Genau, eben auf diese Weise wird dann eben auch ein entsprechend ansprechendes und attraktives Nutzererlebnis geschaffen. Das macht halt auch einfach viel, viel mehr Spaß. Wenn wir dann auch nochmal abschließend schauen, also perspektivisch geht der Fokus von der SAP ja generell eigentlich so ein bisschen Richtung SES-Lösung, also alles, was Richtung Cloud geht. Das heißt, viele Entwicklungen und Innovationen werden auch künftig nur noch für die Fiori bereitgestellt und dahingehend ist eigentlich auszugehen, dass die GUI da über kurz und lang auch abgehängt werden kann. Also deswegen auch, wer jetzt sich aktuell noch für die GUI entscheidet, sollte sich doch trotzdem mit dem ganzen Thema SAP Fiori auseinandersetzen, weil es einfach mittelfristig wahrscheinlich definitiv eine Überlebungsoption sein sollte. Gut. Es hängt. Es hängt. Es hängt leider. Ja, Simone. Schade. Wir überbrücken gerade mal. Ja, gerne. Kurz das technische Problem. Wir können ja schon mal eine Frage aus dem Publikum stellen. Sehr gerne. Sehr gerne. Und die lautet nämlich, hat On-Prem denn eigentlich mittelfristig ausgedient? Was würdest du da sagen? Ja, das ist ein sehr emotionales Thema, glaube ich auch. Also eben grundsätzlich, wie gerade eben schon gesagt, alle Zeichen gehen Richtung Cloud. Also da steckt ganz viel Innovation drin. Da steht auch ganz viel Entwicklungsaufwand seitens SAP irgendwo an. Die On-Prem wird wahrscheinlich in ihrer Funktionalität immer weiter abgehängt werden. Und insofern ist es halt ein, ja, ist es grundsätzlich so ein bisschen eine Frage der Zeit, inwieweit es da noch sinnvoll ist, sich tatsächlich irgendwo als Unternehmen neu nochmal für so eine On-Prem-Version zu entscheiden. Oder ob man irgendwo nicht sagt, okay, ich gehe da so ein bisschen mit dem Zahn der Zeit, ich gehe mit dieser Strategie der SAP mit und entscheide mich dann tatsächlich auch für so eine Cloud-Lösung. Und wenn man alle Tendenzen so wahrnimmt, ist es auf jeden Fall langfristig nicht mehr das Modell der Zukunft. Ja, ja, definitiv. So würde ich es auch sehen. Pass auf, jetzt sind wir, glaube ich, wieder in deinem Vortrag drin. Kurzes Zeichen aus der Regie. Jawohl, du kannst weitermachen. Sehr schön, sehr schön. Also danke dafür. Wir machen weiter nachher mit den Fragen. Sehr gern, sehr gern. Ich habe eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Ich habe abschließend nochmal so die Kernfrage, die wahrscheinlich viele von euch sehr beschäftigt, beziehungsweise brennt, interessiert. Und zwar, welches Unternehmen sollte auf welches Betriebsmodell setzen? Und da würde ich jetzt ganz beraterleidig sagen, das kommt darauf an. Und zwar eben Unternehmen, die grundsätzlich sehr historische und komplexe Prozesse oder Prozesse im Einsatz haben und sich davon schwer lösen können, für die ist die On-Prem-Version natürlich irgendwo so das, was sie irgendwo weiterbringt. Aber insbesondere Kunden, diese sogenannten Digital Natives, die sehr dienstleistungs- und innovationsgetrieben sind, die tendieren vielleicht oder die ziehen in der Tendenz eher so eine Cloud-Version in Betracht. Es gibt für jedes Unternehmen da auch so eine gewisse Aussage. Also man kann auch nicht sagen, die traditionellen, die gehen nur auf On-Prem und die innovativen, die gehen nur in die Cloud. Das ist einfach so ein bisschen die Tendenz, die wir feststellen. Aber grundsätzlich muss jedes Unternehmen für sich selbst bewerten, welches Betriebsmodell für sie selbst dann auch das richtige ist. Die allgemeine Marktentwicklung, eben wie schon gesagt, die geht immer mehr Richtung SAHS. Und hier, wenn wir jetzt die Cloud-Lösung einmal vergleichen, da bietet die Private Cloud etwas mehr Konfigurationsmöglichkeiten beziehungsweise Erweiterungs- und Entwicklungsmöglichkeiten als die Public Cloud. Eben daneben profitiert der Kunde, der sich jetzt für die Private Cloud entscheidet eben von den typischen Cloud-Vorteilen. Also die Cloud ist grundsätzlich sehr skalierbar. Wir haben in dem Sinne Innovationen, die da einspielt. Aber im Gegensatz zu der Public Cloud haben wir bei der Private Cloud da einen sogenannten Hands-on-Ansatz. Also das heißt, da ist man in der Private Cloud viel mehr angehalten, die Dinge auch eigenständig umzusetzen. Das heißt, wir sind da in der Tendenz ein bisschen stärker, abhängig von internen Experten, die uns da helfen, auch dieses System aktuell zu halten. In der Public Cloud haben wir, haben wir schon vorhin gesehen, eine sehr schnelle Inbetriebnahme. Also das heißt, dieses System steht sehr schnell zur Verfügung, ist sehr spannend, insbesondere für Unternehmen, die noch nicht mit viel vorgefertigten oder alten Prozessen kommen, also die interessiert daran sind, eine sehr geringe Prozesskomplexität zu haben und sich eben da auf so einen gewissen Branchenstandard zu verlassen. Eben auch da, es kommt sehr viel Neuheit und Innovation dazu. Wir haben sehr viel Agilität und das Ganze wird auch skalierbar für uns. Das heißt, grundsätzlich sprechen wir bei der Public Cloud eigentlich von einem sehr, sehr digitalen und sehr agilen und sportlichen Betriebssystem, was uns auch dementsprechend auch unabhängig macht von internen Ressourcen und dementsprechend wenig Gefahren birgen. So, ich hoffe, das hat jetzt so ein rundes Bild gegeben insgesamt. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir in der Zwischenzeit noch mehr Fragen aufgekommen sind von Seiten der Zuschauer. Der Zuschauer, genau. Erstmal vielen Dank dir. Der Thomas hat es ja am Anfang schon angekündigt, dass heute eventuell technische Schwierigkeiten aufdrehen könnten. Wir haben uns so schnell lösen können wie möglich. Deswegen haben wir jetzt auch nur noch eine Frage und zwar, wir haben ja jetzt hier im Hintergrund noch die Betriebsmodelle. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Betriebsgröße, für welches Betriebsmodell ich mich dann entscheiden sollte? Nee, grundsätzlich nicht. Also es ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wie viele Module möchte ich einsetzen, wie groß ist auch mein Scope, den ich umziehen möchte. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Mindsetfrage. Also irgendwie, wie agil bin ich in meiner Unternehmung, was für Leute spielen da irgendwo mit, wie bringe ich das alles rüber. Aber ich glaube, für jede Unternehmensgröße bietet jedes Betriebsmodell auch Vorzüge. Also eben, wie gesagt, da ist nochmal die Frage zu stellen, wo möchte ich hin, was ist mein künftiger Kunde, wie möchte ich den bedienen und welche systemischen Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden. Ja, dann vielen Dank dir. Wir sind nämlich jetzt schon in der Zeit und ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, viel Glück für den GoLive. Also da sind wir ja auch ganz gespannt drauf. Da werden wir dann ja spätestens im Herbst wahrscheinlich dich auch wiedersehen und dann mal hören, wie ist es denn gelaufen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Alles Gute, ne? Ja, danke euch, euch auch. Ciao. Tschüss. Tschüss.